Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die Glossybox zum Monat März eingetroffen und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt, habe aber gleichzeitig noch mein eigenes Abo am Laufen, deswegen verlose ich eine von den beiden Boxen an einen von euch. Alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ab 12,50 Euro bekommt man diese Box pro Monat und ja, wir haben hier fünf Beauty-Produkte drin enthalten. Mal sind es hochpreisige Marken, dafür dann vielleicht aber auch mal kleinere Produkte, mal sind es aber auch Druckeriemarken, aber hauptsächlich ist es halt etwas hochpreisiger unterwegs und wir haben ja auch immer einen derben Warenwert drin enthalten. Und diesen Monat im März soll das irgendwas mit Winter, nein nicht mit Winterwunderland, mit irgendeinem Wunderland zu tun haben. Deswegen bin ich echt gespannt, was wir jetzt hier drin zu erwarten haben. Im Decke steht jetzt soweit nichts drin. Und jetzt nehme ich hier zuallererst mal das Heftchen raus. Achso, okay, das ist wieder ein digitales Glossy-Magazin, da muss ich gleich mein Handy zücken. Und die Lady sieht schon mal, ich liebe sowas, wenn Frauen diese roten Haare haben und diese wunderschöne Haut und dann solche, ja, solche Kleider, die halt auch ein bisschen vom Stil her ein bisschen retro sind, ein bisschen, ne, finde ich einfach geil. Glossy-Wunderland ist hier das Thema und hier hinten steht dann auch, ja, im März verzaubert ich die Glossy-Box mit der Glossy-Wunderland-Edition. Tauche in märchenhafte Beauty-Welten ein und lass die Must-Haves aus deiner Box wahre Wunder wirken. Und, ja, da bin ich ganz froh, dass ich hier mein randige Bani mit am Start habe, denn da kann man ja einfach den QR-Code abfotografieren, quasi, mit der Kamera. Und dann landet man direkt auf der Homepage von diesem Gedönsen, von dem Booklet, zack. Und dann hat man da meistens noch ein bisschen mehr drinstehen, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Falls euch das nicht interessieren sollte, habe ich hier immer Timestamps drin, da könnt ihr dann weiterhüpfen, ne. Und, ähm, yo, yo, oh, da steht jetzt aber ein bisschen mehr drin als sonst. Willkommen im Beauty-Wunderland mit deiner Glossy-Wunderland-Edition. Manchmal kommt einem das Leben wie ein Wunderland vor, voller Überraschungen, unerwarteter Begegnungen und spannender Ereignisse. Und wann, wenn nicht im Frühling, sehnt sich das Herz besonders nach neuen Abenteuern und aufregenden Erlebnissen. Mit unserer Glossy-Wunderland-Edition möchten wir genau solche Momente festhalten und deiner Beauty-Routine passend zum Frühlingsanfang einen frischen, frühlingshaften Touch verleihen. Endlich kannst du deinen Winter-Kokon abwerfen und dich in neue, frische Farben hüllen. Bist du bereit für die Leichtigkeit des Lebens, äh, bist du bereit, die Leichtigkeit des Lebens zu zelebrieren? Das Wichtigste ist dein strahlendes Lächeln, ein offener Blick für alles Aufregende, das dich in diesem Frühling erwartet. Ein strahlendes Lächeln, also irgendwas für die Lippen, ein offener Blick, irgendwas für die Augen. Mhm, mal gucken. Du weißt ja, Wunder passieren an jeder Ecke, du musst dich nur dafür öffnen. Von Diana und, äh, ja, ne? Dann gucken wir doch mal rein. Was ist in deiner Box? Schon gespannt, mit welchen Must-Have-Produkten die neue Glossy-Box dich überrascht? Los geht's. Besonders wichtig in der Übergangszeit die richtige Hautpflege, denn im Frühling sprießen nicht nur Frühblüher und hübsche Blümchen aus der Erde, sondern gern auch, äh, gern die ein oder andere Unreinheit auf der Haut. Ja, hallo Mr. Fried-Familie. Ähm, ja, da sind dann die ganzen Produkte aufgeführt, die man drin hat und, ähm, es gibt ein paar Produkte, die dann auch wohl jeder drin hat und ein paar Produkte, die man gegebenenfalls als Alternativprodukt drin haben könnte. Mh, so. Ich schaue mir jetzt aber mal meine Box in der Realität an und nicht auf dem Randige Bandi und mache dafür erstmal dieses, äh, Seidenschleifchen auf. Und ja, mit anderen Klebe, Leute. Open Me steht hier drauf. Und sonst hatten wir nämlich das Glossy-Box-Logo hier kleben. Ja, hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Bin ich gespannt, ne? Ich nehme mal erst das Größte hier raus. Das haben wir hier von Nivea. Fresh and Mild Have a Great Hair Day Trockenshampoo. Ich mag keine Trockenshampoo und das wäre das auch gar nicht für mich geeignet, weil das wäre für mittlere Haartöne. Ohne Rückstände, lange und haltende Frische. Ja, ne, kann man machen, muss man nicht. Ich bin kein Fan von Trockenshampoo. Ich weiß, ich weiß, das ist alles nicht richtig, aber ich wasche mir jeden Abend die Haare. Ich lasse sie mittlerweile an der Luft trocken, deswegen habe ich hier hinten auch gerade so einen Knick drin, weil ich da heute Nacht wohl irgendwie, keine Ahnung, mich draufgelegen habe oder so. Und mein Auge trennt. Und, ähm, ja. Aber ich persönlich mag keine Trockenshampoos. Ich mag das Gefühl nicht, wenn es in meinen Haaren drin ist. Ich finde auch nicht, dass es schön aussieht. Und, ähm, ne. Mag ich einfach nicht. Mag ich einfach nicht mehr. Dann haben wir hier was drin von Basic Skin. Face Mask Brush. Oh, das ist auch cool. Ein, äh, Gesichtsmaskenpinsel. Ähm, habe ich irgendwann mal, weil ich verwende ja auch oft diese Pöttchenmasken und so, ne. Ähm, mir aus, ja, von Barbour, ne. Da hatte ich den mal irgendwo auch in der Barbour Glossybox Limited Edition mit bei. Achso, der hier ist nämlich aus Silikon. Ich habe nämlich einen wirklich mit Härchen vorne drin. Da komme ich wirklich super klar. Das ist eigentlich nur so ein großer Katzenzungenpinsel, ne. Jo, kann es eigentlich aus jedem Pinselset nehmen. Und hier haben wir dann halt so einen Silikonpinsel. Die habe ich auch schon mal gehabt und verwendet. Auch in Boxen drin gehabt. Bin ich persönlich nicht ganz so Fan von. Komme ich nicht ganz so gut mit. Klar, wie mit einem normalen Pinsel, als Maskenpinsel, umfunktioniert einfach. Ähm, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Denn ich lasse den hier jetzt einfach weiter wandern, ne. Das ist halt einfach die Möglichkeit, die ich habe. Und dass ich hier Verlosungen machen kann und so. Ähm, jo. Oder man kann es auch im Freundeskreis oder Familienkreis immer weitergeben, ne. So, und dann habe ich hier etwas von Sand & Sky. Da hatte ich mal damals so eine Pink Clay Mask, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, Australian Emu Apple Super Bounce Mask. Glow & Plump. Mit 10 Gramm. Okay, jo. Das ist dann wieder so eine Typchenmaske. Da ist jetzt mit 10 Gramm nicht allzu viel drin. Also da kommst du auch jetzt vielleicht deine 3 Anwendungen, 4 Anwendungen. Je nachdem, wie dick du das so aufträgst mit aus, ne. Ähm, jo. Aber ich kann sowas gut gebrauchen. Glow ist immer schön plump. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dies Jahr 23 schon. Alto well. Ja. Ähm, genau. Finde ich gut. Werde ich verwenden. Kommt auf jeden Fall zu meinen Masken hinzu. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die machen. Ja, Glow & Plump halt, ne. Jo. Mit Apfel. Mit einem Emu Apfel. Dann habe ich hier etwas drin. Das ist, äh, Donatura. Jeden Tag optimal versorgt. Maß geschneidert für dich. Das hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Da kannst du dir deine eigenen Nahrungsergänzungsmittel zusammenstellen, wie du lustig bist. Und das ist halt so ein Testkit. Ich glaube, die kann man da auch kaufen oder so. Und, ähm, ja, hier hast du dann halt so ein Tagespack. Das, naja, hilft jetzt nicht allzu viel. Das ist mit Omega 3, Vitamin D3 und K2. Das gehört ja immer zusammen. Vitamin C und Magnesium. Werden schon die Sachen, die ich dann auch zu mir nehmen würde tatsächlich. Hier sind auch noch ein bisschen Infos dabei. 5 Euro Rabatt mit dabei. Du, 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 du. Dann die einzelnen, ähm, hier, Viecher beschrieben. Die einzelnen Kapseln beschrieben, die hier so drin sind. Ja, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Ich werde das auch tatsächlich zu mir nehmen. Aber ich habe mich, äh, schon von Anfang an dagegen entschieden, auf meinem YouTube-Kanal für Nahrungsergänzungsmittel Werbung zu machen. Das möchte ich einfach nicht. Und, ähm, ja, ne, weil das sind alles, also alles, was mit äußerer Beauty zu tun hat. Wenn ich mir Farbe ins Gesicht klatsche, Creme drauf mache, meine Haare style, naja, Style ist gut, wasche und so, ne, ist das die eine Sache. Aber wenn man was von innen zuführt, ist das die andere Sache. Das sollte man wirklich durch ein Blutbild vom Arzt, ähm, einfach mal sich anschauen lassen, was man überhaupt benötigt und so. Mach ich persönlich einfach keine Werbung für. Möchte ich nicht, ne, aber gut. Wir haben es mal wieder in der Box mit drin, ab und an läuft uns sowas über den Weg, ne. Und dann wird es ja auch entsprechend genommen von mir, aber halt dann nicht irgendwie in einem Aufgebraucht-Video oder so möchte ich sowas nicht mehr zeigen, weil, nee, ist halt wirklich zu individuell, ne. Dann habe ich hier etwas drin, Vegan by Happy Skin, Original Skin Essence Toner. Oh, ich mag Toner, das ist schön, mit Chamomile, Calendula und Aloe Vera, das hört sich sehr gut an, alkoholfrei und hier sind, keine Ahnung, 100ml drin, ja, 100ml und einen Toner trägst du dir ja nach der Gesichtsreinigung auf, bevor man das Serum verwendet und die Gesichtscreme und so, das werde ich ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also hört sich mit der Aloe Vera auch sehr feuchtigkeitsspendend an und durch die Camille halt auch sehr und die Calendula und Camille sehr beruhigend, ne. Ich glaube, das könnte echt was für mich sein. Das finde ich schön. Das ist ein feines Produkt, doch. So, ein Happy noch, das ist hier das Letzte und das kommt auf jeden Fall in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein, ist klar, ne. Von Lottie London, Art Rival Retractable Eyebrow Pencil haben wir hier drin. Oh je, mini, welche Farbe habe ich? Brown, yay. Wird mir wahrscheinlich zu dunkel sein, aber ich werde es mal ausprobieren mit euch zusammen. Augenbrauenstifte hat man doch relativ selten in Beauty-Boxen drin vertreten, aber ich mache ja ganz gerne, dass ich dann am Ende des Monats schaue, was war an Schminkkram in den Beauty-Boxen, die so bei mir eintrudeln, enthalten. Und daraus mache ich dann so ein Full-Face, ne, dass wir dann einfach mal gucken, was taugen die Produkte eigentlich, weil manche Marken kennt man ja gar nicht so. Gut, Leute, die London, die waren schon mal auf dem deutschen Markt, ne, die gab es, glaube ich, bei Rossmann oder so. Ich meine schon, ich habe irgendwas hier im Auge, Leute, ich weiß nicht, was es tut mir leid, dass ich hier rumfussel, aber guckt euch mal diese geile Hand an, ne. Das ist mal ein Statement, hat meine Mom ausgesucht. Auf jeden Fall, ja, ist das ein Augenbrauenstift, der noch verschlossen ist. Ich hoffe nicht, dass der so dunkel ist. Mal gucken. Aber, ja, wie gesagt, das testen wir dann zusammen einfach mal aus und dann schauen wir mal. So, also in der Theorie 12,50 Euro für die Box bezahlt, wenn man es im Jahresabo drin hat, ne, und da hast du schon gute Produkte, da hast du auch einen schönen Warenwert. Für mich persönlich war das jetzt eine Box, wo ich sagen muss, gut, der Toner ist nice, die Maske ist nice, Augenbrauenstift jetzt nicht ganz so in meiner Farbe, die Haargeschichten gelösen brauche ich jetzt nicht unbedingt genauso wie den Maskenpinsel. Das Ding bei Beautyboxen ist halt immer, du zahlst einen relativ günstigen Preis pro Monat, um dann fünf Überraschungsprodukte zu bekommen. Da kann es dann auch mal mit dabei sein, dass irgendwas nicht so unbedingt in die generelle Routine mit hineinfällt, ne. Deswegen mache ich ja auch die Videos, dass ihr euch da einen Überblick drüber verschaffen könnt. Unterm Strich, für mich persönlich lohnen sich aber die Beautyboxen tatsächlich. Deswegen habe ich schon sehr, sehr früh, die auch damals schon abonniert, vor vier Jahren auch schon einige. Also die Glossybox habe ich jetzt seit 2017 oder 2018 auch schon im Abo. Und, ja, also mir gefällt es halt immer wieder, wenn man das in der Gesamtheit so sieht, ne. Ja, doch, ne. Also, wenn ihr möchtet, schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch zwei verschiedene Rabattcodes reingepackt. Einmal den, den ich so als Freunde-Werben-Freunde-Link habe und einen, den ich als, weil ich halt quasi eine Kooperation mit Glossybox habe, euch mitgeben kann. Einmal sind es 5 Euro und einmal 20% Rabatt, glaube ich, irgendwie so den Dreh. Und dann war es nun hier auch von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty-Food-Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!